Magisterium, der goldene Turm Von Holly Black und Cassandra Clare Es liest Oliver Rohrbeck Zum ersten Mal in Kells Leben sah das Haus, in dem er aufgewachsen war, klein aus. Nachdem Alistair geparkt hatte, stiegen sie aus. Auch Mordo, der sofort bellend um den Rasen lief. Bevor er den Wagen abschloss, warf Alistair noch einen Blick auf Cal. Diesmal hatte er keinen Koffer dabei, keine Reisetasche oder anderes Gepäck, um das man sich hätte kümmern müssen. Cal war mit leeren Händen von Master Joseph nach Hause gekommen. Mit leeren Händen kann man so nichts sagen, meinte Arons Stimme in Cal's Kopf. Du hast doch mich. Cal versuchte nicht zu lächeln. Sein Vater würde sich wundern, wenn er ohne Anlass vor sich hin grinste. Zumal es in letzter Zeit nicht viel gab, worüber man lächeln konnte. Das Magisterium hatte Master Joseph und seine Truppen besiegt, doch die Schlacht hatte viele Opfer gefordert. Cal's bester Freund Aaron war von den Toten auferstanden, nur um erneut zu sterben. Das war jedenfalls die allgemeine Lesart. Drinnen wirkte das Haus ebenfalls kleiner, fand Cal, als er dicht gefolgt von dem hechelnden Mordo in sein Zimmer ging. Es war nach wie vor ungewohnt, seinen Gefährten mit normalen grünen Wolfsaugen, statt den strudelnden Blicken der Chaosbesessenen zu sehen. Cal streifte durch sein Zimmer, nahm ziellos Dinge in die Hand und legte sie wieder weg. Seine alte Uniform aus dem Eisenjahr, glatte Kieselsteine aus den Höhlen des Magisteriums oder ein Foto von ihm, Aaron und Tamara, auf dem sie alle strahlten. Tamara. Sein Magen krampfte sich zusammen. Er hatte nicht mit ihr gesprochen, seit sie auf dem Schlachtfeld vor Master Josephs Stützpunkt neben seinem geschundenen Körper auf die Knie gesunken war. In jenem Augenblick hatte er fast daran geglaubt, dass sie ihn so lieb hatte, wie er es sich wünschte. Doch ihr anschließendes Schweigen hatte ihn wieder auf seinen Platz verwiesen. Tamara war von Anfang an dagegen gewesen, dass Cal Aaron von den Toten aufgeweckt hatte, und sobald er es doch getan hatte, fand sie, dass Aaron nicht der Alte war. Und Cal musste zugeben, dass Aaron sich wirklich nicht wie früher verhalten hatte. Witzigerweise war Aaron wieder sehr viel mehr er selbst, seit er in Cals Kopf herumgeisterte. Doch Tamara wusste nicht, dass Aaron noch da war, und Cal war sich sicher, dass sie das überhaupt nicht gut finden würde. Sie hielt Cal ohnehin schon für einen bösen Zauberer oder zumindest für jemanden mit bösen Absichten. Doch darüber wollte Cal lieber nicht nachdenken. Tamara war von allen Menschen auf der ganzen Welt immer diejenige gewesen, die am meisten an ihn geglaubt hatte. Wir werden es ihr aber trotzdem sagen. Cal zuckte zusammen. Obwohl Aaron in der ganzen Zeit auf der Krankenstation des Magisteriums, wo Cal die Nachwirkungen des übermäßigen Einsatzes von Chaos-Magie im Kampf gegen Alex hatte auskurieren müssen, bei ihm gewesen war, fand Cal es nach wie vor verstörend, dass jemand seine Gedanken hören und einen Kommentar dazu abgeben konnte. Es klopfte, und Alistair steckte den Kopf zur Tür herein. »Hast du Lust auf Abendessen? Ich könnte gebratene Paprikasandwiches machen. Oder wir bestellen Pizza.« »Sandwiches wären super«, sagte Cal. Alistair bereitete sie mit Sorgfalt zu, bestrich die Pfanne mit Butter, damit das Brot gut bräunte, und öffnete eine Dose Tomatensuppe. »So«, sagte Alistair, sobald sie sich hingesetzt und mit dem Essen begonnen hatten. Die Tomatensuppe war salzig und süß zugleich, genau richtig. Und der Paprikakäse hatte die perfekte Schärfe. »Wir müssen über die Zukunft reden.« Cal hob perplex den Blick von der Suppe. »Über die Zukunft?« »Du kommst jetzt in den Goldjahrgang des Magisteriums. Alle sind sich einig, dass du genug Magie gelernt hast und das Silberjahr sozusagen erfolgreich abgeschlossen hast. »Sobald du im Herbst wieder zur Schule gehst, kannst du durch das Tor marschieren.« »Ich kann doch nicht ins Magisterium zurück«, sagte Cal. »Die hassen mich alle.« Geistesabwesend strich Alistair sich die dunklen Haare aus der Stirn. »Mittlerweile nicht mehr, würde ich vermuten. Du bist wieder ein Held.« Cal's Dad war in vielerlei Hinsicht ein großartiger Vater, aber im Trösten war er nicht ganz so gut. »Außerdem musst du nur noch ein Jahr dableiben und ohne Master Joseph dürfte es einigermaßen ruhig bleiben.« »Das Kollegium...« »Du musst nicht ins Kollegium gehen, Cal«, unterbrach ihn Alistair. »Ich finde es sogar besser, wenn du das nicht tust. Nach Aarons Tod bist du der letzte lebende Makar. Sie werden versuchen, dich für ihre Zwecke zu benutzen, während sie dir gleichzeitig niemals vertrauen. »Das Leben eines normalen Magiers ist für dich nicht möglich. Wir könnten eine Auszeit nehmen und zum Beispiel auf Reisen gehen. Ich könnte dir beibringen, was ich so tue, und wir könnten ein Geschäft aufmachen. Vater und Sohn. Was hältst du von Kalifornien?« Er rührte mit dem Löffel in der Suppe herum. »Gut, wir müssten unseren Namen ändern und sowohl dem Magisterium als auch dem Präsidium aus dem Weg gehen. Aber es würde sich lohnen.« Cal fiel dazu erst mal nichts ein. Es klang verlockend, nichts mehr mit dem Präsidium und seiner Einstellung zu den Makaris zu tun zu haben und vor allem dem allgemeinen Hass auf Konstantin Madden aus dem Weg zu gehen, dem Feind des Todes, dessen Seele in Cal weiterlebte. Andererseits... »Hör mal, ich muss dir etwas sagen«, sagte Cal. »Aaron ist nicht wirklich tot.« Alistair runzelte besorgt die Stirn. »Was meinst du damit?«, fragte Alistair behutsam. »Dass er immer noch in meinem Kopf steckt, also, dass er in mir weiterlebt«, sprudelte Cal hervor. Als Alistair bedächtig nickte, atmete Cal vor Erleichterung tief aus. Sein Vater nahm diese Neuigkeit erstaunlich gut auf. Vielleicht hatte er sogar eine Idee, wie sie damit umgehen konnten. »Das ist eine gute Sichtweise«, sagte Alistair schließlich. »Du wirst wirklich prima damit fertig. Kummer ist schlimm, das weiß ich selbst. Aber am besten behält man den Menschen, den man verloren hat, in Erinnerung und...« »Du verstehst das falsch«, schnitt Kelling das Wort ab. »Aaron spricht mit mir. Ich kann ihn hören.« Alistair hörte nicht auf zu nicken. »Das Gefühl hatte ich nach dem Tod deiner Mutter auch manchmal. Es war beinahe so, als würde Sarah laut mit mir schimpfen. Vor allem einmal, als ich dich draußen herumkrabbeln ließ und du Erde gegessen hast, weil ich nicht aufgepasst hatte.« »Ich habe Erde gegessen?«, fragte Kel. »Das ist gut fürs Immunsystem«, wehrte Alistair ab. »Du hast dich bestens entwickelt.« »Kann sein«, sagte Kel. »Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass Aaron wirklich bei mir ist.« Alistair legte Kel sanft eine Hand auf die Schulter. »Das weiß ich doch.« Danach brachte Kel es nicht übers Herz weiter zu sprechen. In der Nacht, bevor er zu seinem Abschlussjahr im Magisterium aufbrechen sollte, lag Kel schlaflos im Bett, während der Mond einen weißen Streifen auf seine Bettdecke warf. Er hatte eine Reisetasche gepackt, in die er auch die dunkelrote Uniform des Goldjahres gelegt hatte. Er musste daran denken, wie Alex Strike in der Uniform des goldenen Jahrgangs ausgesehen hatte, wie cool und selbstbewusst er mit seinen Freunden umgegangen war. Und jetzt war Alex tot. Doch Kel war froh darüber, denn Alex hatte Aaron ermordet und den Tod verdient. Kel. Aaron hatte seine Stimme zu einem Flüstern gesenkt. »Du musst nur den morgigen Tag überstehen.« »Aber alle werden mich hassen«, sagte Kel. Obwohl er wusste, dass sein Vater anderer Meinung war, glaubte er ziemlich fest daran. Selbst wenn er in der letzten Schlacht auf der richtigen Seite gekämpft und möglicherweise das Magisterium gerettet hatte, trug er nach wie vor Konstantin Maddens verdorbene Seele in seiner Brust. Mordo jaulte, stieß die Nase in Kel's Hand und machte Anstalten unter seine Bettdecke zu kriechen. Als er auf dem Beifahrersitz von Alastas silbernem Rolls-Royce Phantom aus dem Jahr 1937 saß und wieder einmal zum Magisterium fuhr, musste Kel daran denken, wie sie vor vier Jahren zur Eisenprüfung angereist waren. Er wusste noch, dass sein Vater ihm eingeschärft hatte, wenn er nur durchfiele, müsste er auch nicht auf die Magierschule gehen. Und das wäre etwas Gutes, weil er sonst in den Tunneln sterben könnte. Mittlerweile wusste Kel, wovor sein Vater damals wirklich Angst gehabt hatte. Vor der Enthüllung, dass Kel das Gefäß für Konstantins Seele war. Und bis auf den Teil mit dem Tod in den Tunneln war alles, was sein Dad befürchtet hatte, dann ja auch geschehen. Und auch das konnte noch passieren. Warum denkst du über die Schle�-Geschule? Vielen Dank.